extrakt ok schau mal ob wir noch eisen haben was ich hoffen möchte weil sonst bist du ein kacki du bist ein kacki wenn du ein kacki bist weiß ich dir fällt aber nichts anderes ein ne na ja wieso doch die wahrheit du bist ja auch ein kacki ne 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 doch 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 worum mach ich denn eigentlich noch mal am akuso oder solchen gründen ach ja wegen Wettstone Energy Sales stimmt ja kann ich auch machen dann so nicht ganz hab ich äh zwei Trichter ein Trichter zwei Trichter dann hab ich da oben bei dem Hof nachher auch einen so so mhm der Ofen kann hier noch ein bisschen haben mhm und was auch immer ja ja ich weiß du bist ein billemann au ich kann doch schon mal wieder ein paar reinschmeißen zack ach shit jetzt hab ich keinen Inventarenplatz mehr ne scheiße kein Inventarenplatz mehr das hast du grad echt gesagt komm halt's Maul ja du robbst mich da den ganzen Tag ja bringt dir auch Spaß fast wie dein Sohn ne doch mhm mhm schon wieder ein Ei das hat bestimmt mein Blaubeersaft auch noch genommen so schön guten Blaubeersaft ne da hab ich ihn ja uh 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 das kann wieder mit das kann mit das kann mit ja 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 du bist bescheuert du bist bescheuert und behindert mhm du das warst bestimmt grad schlafen gute Nacht Centus ahahahahaha was denn nix denn jetzt brauch ich noch Item Conduits bestimmt auch gut Item Leute da braucht man nicht so ein Nugget pfff iiih du brauchst noch einen Enderpearl? oh nein eine Enderpearl uuuhhh boah ich hab doch hier bei Enderpearln drei Stück und Enderlilis sie kann ich eigentlich schon mal anbauen oder? weißt ja nicht das funktioniert das wäre natürlich steht mal dass er dann nur anbaut und abbaut gleich direkt kann sein ja weiter Froschkopf Eisen hab ich hier vorne noch jo gehen wir mal oben an den Smelter ok das haben wir was d acres uhl Then ok ich bin jetzt offen das das funktioniert und wie dzF das eingestellt hat tot voll och wtf mach mann ist tot voll ok ha hat spieler wobei der grad voll die energie der reinjagt hier vorne lecker ist richtig da habe ich 17 fps trotzdem nehme ich nur mit 60 zu große schwankungen warum die dauerfrei sind naja glück gut für dich ist es auch mussten ab und zu mal hier im konto jetzt habe ich jetzt auch zauber haben wir gestern schon gemacht in der hölle deswegen ist eine ende auch weg ja sonst läuft das mit der lava nicht übsten ende tank nicht während der tank gibt es nicht mehr doch klar ich mal den ende pumpe weiß ich nicht wir haben den das andere gemacht insert insert ich hasse das mit hin ja ich hab drei dinge hier stehen einmal durch daybloom und nightbloom einmal durch hydogen und einmal durch terminal das eigentlich diese gummi schatten hatte gerade gehabt dann ist das nur wenn er selbst jenige der die dinge einstellt auch eine baby zombie wieder entflohen ja monstern klatsch einmal kurz wer ja ich habe einen königshut ja man ich kann mir jetzt ein gehirnhut aufziehen sollte man wahrscheinlich noch vollfühlen lassen so jetzt kommen schon die nächsten dinge unter das ja komm 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 ja wow der eine mana pool der ist voll jetzt fehlt der andere noch ist doch gut so und dann kann ich das portal in league öffnen ich bin aber schank schank oder das ist ganz schön gut ja mein tier das alles zu bepowern dass die wirklich mana produzieren geht viel schneller jetzt die tnt pflanze brauche ja gar nicht mehr gucken die ist ja arsch teuer so wenn wir jetzt ein enderman finden dann mache ich den mit dem single use klaue ich mir den oder ein endermine ein endermine ist besser ne der droppt mehr perlen oder nicht endermine ja also auf jeden fall kam noch mehr ok dann mache ich den grinder und endermine also ich habe bei allen dreien eine bekommen sagen wir müssen mal so ok die kann ich jetzt nicht mehr nehmen nomi 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 the art teacher ach das ist die blume nomi 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 ja ist wirklich so scheiße nomi 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 als wir haben wie ne gumgum frucht die heißt manchdau was brauche ich denn da run rune of lotoni und dafür brauche ich ne feier ne winter ach ne wir haben keinen schnee doch schneebälle habe ich glaube ich mitgebracht ja aber ich glaube sie beim momentar brauche ich dann zwei schneeblöcke und nochmal ne erste und ne water rune ich glaube ne water und ne erste habe ich noch ich brauche noch nen kuchen kuchen kann ich ganz weit herstellen ne habe ich doch nicht tut mir leid ja dann nicht ne keine lust ach großart arcana temploen orbs in the corner was hm kikimuru dick flower is alive keine ahnung dafür pixie das ok der strom füllt auf bei den sauber hm 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 die sind ganz schön teuer die teile immer umso besser die werden umso teurer werden die scheiß teile hopper hock hopper hock das ist die hopper pflanze hm das ist so geil erst mal ne hopper pflanze hm hoppt die dann so ja ja ah ja du bist bescheuert weißt du schon ne ja ja klar weiß ich das ok ähm wo ist denn die andere ist das eigentlich ok so ok das kann erstmal laufen hier Boah j 갈� expertise M Zeit mph bem Du matures Du gehnst hier rum nicht ich Nein mich nicht chiken woey ähm ... Fick dich so nun bräuchten wir eigentlich ein enderman und quinder meisten endermansch endermansch oder endermain keine ahnung ja ein endermain endermain oder endermain ist eigentlich egal beide droppen perlen ja aber der andere droppt irgendwie besser kann geilen fuck hier muss ich mir erstmal darum kümmern wir brauchen noch die ist teuer